Musik Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary auf unserem Kanal Ihr seht im Hintergrund ein Black Ops 2 Gameplay, er spielt mit der PDW Die Aufsätze habe ich total vergessen, das ist ein extrem altes Gameplay, ich bin da noch Level 21, ich habe jetzt fast mein erstes Prestige geschafft Ja, also ist es extrem alt, da spiele ich eben noch mit Hardline, Fast Hands, Toughness und Dexterity Die Scorstrix sind UAV, Hunter Killer und der Lightning Strike Das Gameplay endet glaube ich irgendwas von 23,7 Ich kriege ein paar Mal da wirklich aufs Maul und sieht auch manchmal nicht ganz so gut aus, aber ich hatte gerade kein besseres da Und dann habe ich eben das genommen Aber das, wie ich ja immer sage, Gameplay ist eigentlich scheißegal, das ist ja eigentlich nur ein bisschen zur Visualisierung gedacht So, ich könnte doch einfach nur einen schwarzen Hintergrund reinmachen, das wäre aber einfach viel langweiliger Ja, das Video nutze ich jetzt mal ein wenig, um euch auf den neuesten Stand zu bringen Warum bei uns momentan so wenig Videos kommen, so wenig bis gar keine, obwohl ja Ferien sind, obwohl ich angekündigt hatte, dass wir jetzt was mehr machen Also von allen Seiten was mehr Und ja, da möchte ich jetzt mal so ein wenig Klarheit schaffen Und zwar Ich weiß nicht, also so im Allgemeinen kann ich euch wirklich nicht sagen, woran es liegt Ich würde es gern sagen, aber irgendwie Ich sage mir immer jeden Abend Jung, morgen nimmst was auf Und dasselbe sage ich mir am nächsten Abend Immer wieder So, und heute habe ich mich dann mal dazu überredet Mal wirklich was aufzunehmen Weil ich kann ja nicht einfach hier den Kanal so ein bisschen verrotten lassen Das letzte Video war ja das Cinematic Und der Kanal ist meiner Meinung nach dafür gedacht, euch zu unterhalten Und so ein Cinematic unterhält Wie lang war das? Drei Minuten? Zwei Minuten? Zweieinhalb? Und das ist gar nichts Und deswegen gibt es mal wieder was Längeres Also jetzt auch nicht so ganz lang wie das Battlefield-Gameplay Aber schon mal so ein bisschen was, ne? Ja Also habe ich jetzt vor, wieder ein bisschen was den Kanal auf Vordermann zu bringen Ich habe auch jetzt schon mal ein bisschen rumgefragt Wegen einem neuen Intro Und, ähm Ach genau, wegen dem Banner Hatte ich auch nochmal gefragt Ähm Habt auch schon gute Leute gefunden Habt die mal angeschrieben Ja, jetzt ist allerdings nur das Problem Ich bin ab Dienstag dem Zweiten Ja, am Dienstag den Zweiten Halt Stimmt das überhaupt? Moment Ähm Ne, ist Dienstag der 26. Stimmt Dann wäre ich dann zwei Tage weg Ja Dienstag dem 26. bin ich nicht da Das heißt, von mir werden keine Videos Für eine Woche lang kommen Jetzt die große Frage Wird in dieser Zeit was auf dem Kanal passieren Oder wird der dann in dieser Zeit ein bisschen Tot bleiben? Das kommt dann jetzt ganz drauf an Was macht der Lars? Was macht der Johnny? Das kann ich euch nicht beantworten Ich hatte den beiden mal geschrieben Die sollen bitte mal was hochladen Ich hab da noch keine richtige Rückmeldung bekommen Ich hoffe jetzt mal Dass da von den beiden was kommt Also mich jedenfalls Würde es selber freuen Weil Ich hab Spaß dran Und ich Hab Spaß dran Wenn ihr Spaß dran habt Also das ist was Was mir so ein bisschen Das Ganze schön macht Das ist einer der Gründe Warum ich das hier weitermache Weil ich weiß Damit kann ich Leute unterhalten Die sich das gerne angucken Und das ist für mich so meine Motivation Bei mir Geld, Geld Warum immer Geld? Da ist doch Geld Sowas von nebensächlich Und ich krieg ja auch keins dafür Ja Ich hab ja bis jetzt mehr investiert Aber Ey Das lohnt sich Das macht Spaß Das ist ein Hobby fast schon Also das ist ein Hobby Es gibt Leute Die können ihr Hobby dann zum Beruf machen Das ist geil Also Und Ja Jetzt wegen dem Channel Check Ähm Ich glaub ich hatte mal versprochen Jeden Dienstag Jeden Dienstag Ist klar Ich kann es natürlich wieder nicht einhalten Ich Ich krieg's überhaupt nicht auf die Reihe Ich arbeite mit Hochdruck an der Sache Ich hab so viel Bewerbung Ich versuch die alle so ein bisschen gleichzeitig abzuarbeiten Aber ich muss das Das ist wirklich mehr Arbeit als es aussieht Ich muss die Texte schreiben Ich hab ja gesagt ich schreib das alles auf Das ist immer ne ganze DIN A4 Seite Ähm Dann muss ich das einsprechen Dafür brauch ich auch nochmal locker ne halbe Stunde Mit den ganzen Versprechern und Betonungssachen Und dann Fehlern die mir mittendrin auffallen Ähm Dann muss das Ganze noch geschnitten werden Dann muss es noch gerendert werden Und hochgeladen werden Das nimmt mehr Zeit in Anspruch Als ich mir am Anfang Als ich so am Anfang eigentlich eingeplant hatte Aber gut Also ich werd die Reihe nicht aufgeben Keine Angst liebe Also alle die jetzt Eingesendet haben Kommen auch alle noch dran Das verspreche ich dann wirklich Und das werd ich auch einhalten Nicht so wie mit dem Dienstag Ne Aber Ja Und was jetzt eigentlich ein großer Und ziemlich blöder Fehler ist Ich hab jetzt schon mir was Neues vorgenommen Aber das wird für mich jetzt nicht so ganz viel Arbeit fressen Sondern vielleicht eher für euch Ich hab ja mal gesagt der Channel Check ist Oder soll nicht als Promotion Sache angesehen werden Also dass ich Werbung für euch mache Das ist ja nicht der Sinn von der Sache Sondern dass ich euch Feedback gebe So und Dann dachte ich mir Warum eigentlich Mache ich sowas mit der Promotion Sache nicht Und dann dachte ich mir jetzt Okay Mache ich das Und das Ganze läuft dann so ab Mal gucken vom Gameplay Okay ja das reicht noch Das reicht aber knapp noch Ja also ähm Mache ich das so Wenn ihr Lust habt mitzumachen Dann Solltet ihr uns abonniert haben Das ist sowieso schon mal eine Grundvoraussetzung Aber Um mitzumachen Sendet uns dann einfach Eine Nachricht Ähm Wo ihr dann ein Oder nein Wir machen so Ihr macht ein Video In dem ihr euch vorstellt Was danach ja auf unseren Kanal geladen wird Und Deswegen sollte ich euch in dem Video ein bisschen Präsentieren Vorstellen All sowas Und dann sendet ihr uns Wenn ihr das Video hochgeladen habt Schaltet ihr das auf nicht gelistet Also veröffentlicht das nicht Sondern auf nicht gelistet Schickt uns den Link Und wir laden das dann für euch hoch Dass ihr dann Nein Dass wir euer Video auf unserem Kanal haben Das dann ein bisschen so zu Promotion Zwecken Und Ja Ich werde das so machen Dass maximal drei Kanäle Oder drei Promotion Videos hochgeladen werden Um Das Ganze nicht zu überfluten Ja Wenn ihr noch Fragen habt Könnt ihr mir die einfach senden Ansonsten würde ich sagen Das Gameplay ist zu Ende Ich bin raus Tschüss Ich bin raus Ich bin raus Ich bin raus mandern